Mit Spezialschülern sind bei mir auf den Hof gekommen und arbeiten, oder? Die Heimarklasse solltet ihr es kennen. Ja, 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 ja. Es ist sehr interessant, aber es ist auch sehr zeitaufwendig. Habt ihr auch positive Erfahrungen gemacht mit Jugendlichen? Brot könnt ihr auch verkaufen? Ja, ja. Brot verkaufen wir am Samstag auf dem Markt, am Wochenmarkt. Genau. Was sind solche Voraussetzungen, wenn ihr jetzt bei jemandem fremden einkauft? Am Schildschuss haben wir miteinander ein Gegengeschäft machen, oder? Ja. Wahrheit zu wahrheit. Der Markt steht. Es ist ready. Es war mega cool. Wir haben sehr viel neue Sachen gelernt. Wir unterstützen diese Sachen. Ich mache da wirklich etwas sehr Gutes. was ist. Das hat sich einfach mal gemacht. Ich mache da genau diese Sachen, die wir als Kindes will be. Ich mache das Gutes. Wir können aber auch mal einigen, wenn man hier einstieg. Ich mache das Gutes. Vielen Dank.